1,6 Millionen neue Arbeitsplätze in vier Jahren. Jährliche Exporte in Höhe von 1000 Milliarden Euro. Ausgeglichener Haushalt schon 2014. Deutschland geht es gut. Ich möchte, dass es auch Ihnen gut geht. Der Wohlstand muss bei den Menschen ankommen, die ihn täglich schaffen. Bei Ihnen. Ein Handwerker, ein Facharbeiter, eine Designerin. Also die Miete in Deutschland ist in Augen von Rot-Grün reich. Das ist Unsinn. Menschen, die hart arbeiten, denen darf man nicht die Butter vom Brot nehmen. Mit der FDP gibt es keine neuen Steuern, keine erhöhten Steuern. Und keine Steuern auf die Steuern. Der Mittelstand wird entlastet. Der Soli wird abgeschafft. Löhne und Renten werden weiter steigen. Der Euro bleibt sicher. Privates bleibt privat. Bildung und Aufstieg bleibt für jeden erreichbar. Deutschland bleibt stark. Rot-Rot-Grün ist nicht das Gelbe vom Ei. Sie haben am 22. September die Wahl. Rot-Rot-Grüne Schuldenmacherei oder solide Finanzen. Rot-Rot-Grüne Steuererhöhung oder Entlastung. Rot-Rot-Grüne Bevormundung oder persönliche Freiheit. Nur mit uns gibt es vier weitere gute Jahre. Nur mit uns bleibt Deutschland stark. Nur mit uns FDP. Übrigens, Zweitstimme FDP. Untertitelung für funk, 2017 cathонios Event� evaporatuana Top-Rot-Grüne ½ accessibility voran und gäbe